Hi Manuela, du warst heute bei unserem Microblading-Kurs. Wie hat es dir denn gefallen? Super, total speziell. Hast du dich gut betreut gefühlt? Sehr gut, es war wirklich mehr als erwartet. Man hat sich sofort wohlgefühlt, man hat mit Ruhe alles beifacht. Doch, es war wirklich super. Und was nimmst du so für dich mit nach Hause? Sehr viel Theorie, sehr viel Praxis, sehr viel zum Umsetzen. Aber ich bin wunderbar froh, dass ich noch danach betreut werde, dass ich jederzeit die Linie fragen kann, wenn irgendwas ist. Das ist ein großer Trost. Und würdest du die Schulung weiterempfehlen? Ja, mache ich auch. Super, vielen Dank. Dankeschön.